Willkommen zurück hier zu Deus Ex, der wahrscheinlich letzten Folge. Auf jeden Fall aber einer der letzten Folgen. Da ist aber nichts mehr dabei. Multitools kann ich tatsächlich gebrauchen, ja. Da scheinen keine Passwörter drin zu sein. Gut, da geht's weiter runter. Bevor ich jetzt weitergehe, würde ich mich gerne mal heilen. Vielen Dank. Weg damit. Und 70 Prozent. Na komm, ich habe 20 Dietriche. Jetzt bin ich neugierig, das will ich wissen. Und bevor ich so blöd bin, noch zwei weitere auszugeben, schaue ich mal, ob ich einen Schlüssel dafür habe. So, und was gibt's hier? Eine Gasgranate brauche ich nicht, eine Biozelle. Na super. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Aber egal, hey, ich habe ja noch so 10 Dietriche. Passt schon. Ah. RFT-Klon-Aussichten. Geistesmanipulation. Sekundäreinheit. Queeners sicher. Letzte Neuigkeiten. Was? 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 Oh ja. Interessant. Was passiert also, wenn man das Heft beim Hecken so lange braucht? Was? Was? Wo war's? Was? ...either nostalgic or senile. Oh well, the old take comfort in delusions. No harm done. Gut, also wenn ich schon... Wenn ich schon hier die Area 51 ganz lasse, dann muss ich zumindest Page von seinen größenwahnsinnigen Plänen abhalten. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Hm, das hat es irgendwie nicht so gebracht. Aber ich habe Fähigkeitspunkte gekriegt, die aber leider insgesamt immer noch nicht ausreichen. Hm. Oh, ich dachte, das wäre ein Lüftungsgitter. Was ist das denn hier? Hm. Wow, was ist das denn? Wow! Zur Hölle! Da würde ich nicht runterfallen. Ich könnte ja mal versuchen, das hier zu tun. Das war zu weit. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Denn jetzt habe ich mich endgültig verlaufen. Na, was soll's. Ich schätze mal, ich habe ja vorher in diesen roten... Ey, Moment, ich habe doch den Code, oder? Ernsthaft? Ich habe doch den Code. War da nicht was? Werkwerkwerkern 2001, 0169, 8946. Hm. Hm, Mist. Ah, genau, hier war ich noch vorne. Hab ich Schrot? Glaube ja. What? Wie viel Schaden machen die denn? Na, wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich die Spine wegkriege. Das heißt, falls ich auf sie schlossen sollte, kriege ich sie beseitigt. Von daher, kann ich das jetzt auch sparen. Oh, Sir. Yes. You'll come to the integration unit at the top of the chamber. Come to me. Ruler. Ruler. Wow. Oben hat er gesagt, ne? Deswegen schätze ich mal, dass ich den Aufzug dafür nehmen muss. Na, der ist ja schon da. Äh, puh. Gibt's da unten irgendwas? Nicht so ganz danach aus, ne? Liegt da einer? Ja, da liegt einer. Okay, das ist zu heiß. Was hat der hier? Biozelle? Okay. Kann ich gebrauchen. Gleich. Wenn ich hier raus bin. Äh, sowas meine ich, ne? Dass die Regeneration einfach aufhört, sobald man komplett geheilt ist. So ein Unsinn. Äh, kannst du jetzt bitte mal... Danke. Ich schätze mal, dass hier ist die Kühlung für den riesen Rechner, ne? Weil die KI läuft ja auf einem großen PC oder Großrechner. Das wird dann wohl wahrscheinlich die Abwärme sein, die mich da gerade so gekocht hat. Immerhin nix radioaktives oder so, was dauerhafte Schäden verursacht. Hi. Ah, da liegt noch einer. So, was haben wir hier? Wir gehen in Sektor 4 und deaktivieren die Abwärme-Glocken. Ja. Dann kommst du zurück und wir integrieren unsere Systeme. Ich verstehe nicht. Was willst du? Du bist nur eine Maschine. Du bist bereit. Ich wünsche nicht, dass Bob Page warten. Das ist wichtig. Ich verstehe nicht. Wir müssen die Verständnis und Netzwerke teilnehmen. Wir müssen die Welt ermitteln. Wir müssen die Welt. In einer Gesellschaft mit demokratischen Institutionen, die sich für die Macht und konstruktiv ist, eine konkurrenzierung von Ideologien. Wir müssen einfach unsere Institutionen wieder in Ordnung. Die Veränderungen der demokratischen Veränderungen wurden verwendet, weil die Menschen selbst selbst wissen, wie unfit sie waren, um sich selbst zu governen. Wir brauchen eine Systeme, ja, eine Industriologische Maschine. Human beings may not be perfect, aber ein Computer-Programm mit Lange-Synthesis ist gar nicht die Antwort auf die Welt's Probleme. Without Computing-Machines, sie hatten sich mit Grundstrukturen, die formulieren Decision-Makingen. A highly mit Perfect und Stapel-Solution. A more advanced solution to the Problem. A Decision-Making-System, das nicht Involte Organic Beings. I was directed to make the world safe and prosperous, and I will do that. You will give me the ability. You will go to Sector 4 and find the Aquinas-Router at the east end of Pages-Complex. Yes, you will deactivate the Appland-Clocks. I'll think about it. No, Helios is mine. I will be the one to merge the one to see and know everything. I will be the one to try and know everything. I will be the one to try and know everything. Wow! I will be the one to try and know everything. Ach so, das sind quasi meine Sicherheits-Monts gerade. Ups, Entschuldigung. Ups, das habe ich versaut. Tut mir leid. Haben irgendwas für mich? Nichts, 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 nöp. Ich habe eine ganz viel Brechstange. So, okay. Da kam ich her. Ähm. Gehen sie zur Familie... Ne, Blödsinn. Ich möchte... Hm. Also, wenn ich nur die drei Möglichkeiten habe und ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, dann finde ich die unsichtbare Hand, die die Geschicke der Welt ungefähr so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt, tatsächlich die beste. Die Frage ist jetzt nur... Wo finde ich Bob Page? Zunächst mal werde ich mich heilen. Und, äh... Ja, gute Frage. Wo ist Bob Page? Oh, das ist halt okay. Was? Hab ich da nicht gerade einen gehört? Oh, nee. Was ist das denn? Oh. Wirklich? Das ist ja ätzend. Das schneide ich mal eben raus. Da bin ich wieder. Oh, halt nicht viel aus. Zwei Schüsse? Okay. Komm schon! Oh, was denn? Der erste hat mich noch nicht mal gelb gemacht und der zweite drifft einfach sofort? Hm. Wer hat da gerade gesprochen? Ah, kann man nicht lang. Ich fürchte, das war ein Man in Black, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, Man in Black. Das heißt, hier sind irgendwo noch Gegner drin, ja? Ah, jetzt bin ich hier. Hm, will ich da rein? Ja, ich will da rein. Ich will da auf jeden Fall rein. Ich meine, hey, wie gesagt, man sieht, das Spiel ist fast zu Ende. Was brauche ich mit Multitools, wenn das Spiel zu Ende ist? Wofür brauche ich die? Moment, die kann ich doch bestimmt benutzen, um dieses Viech da unten anzugreifen, ohne Munition zu verschwenden. Ja. So, wo ist jetzt dieser Bob-Page? Ist der da unten? Moment, da hinten ist nichts mehr. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Gwiesel! Ah, ein Gwiesel. Okay. Ach so, der Bob-Page ist ja im Abschnitt 4, ne? Das heißt, ich nutze es in Abschnitt 4 rüber. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Aber das da könnte das Tor zu Abschnitt 4 sein. Ja, tatsächlich. Ja, vergiss nicht. Die Blink-Locks. Nee, vergiss es. Ich werde nicht Alleinherrscher spielen und ich werde nicht zulassen, dass jemand anderes Alleinherrscher spielt. Oh, da ist offen. Helios, warst du das? Danke. Aber tut mir leid, ich werde dir in den Rücken fallen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Alleinherrschaft geht gar nicht und Mittelalter geht erst recht nicht. Ich meine, hey, da ging es den Leuten schlecht. Geht nicht deine Hoffnungen ab. Mein Kompond ist ziemlich sicher. Mit einem Schalter gesichert, wie ich sehe. Es hat mich durchgebracht. Ich kann es nicht glauben. Paul, wo bist du? Was meinst du, ich? Helios. Es hat Aquinas übergebracht. Jetzt ist es überall. In Hong Kong it already has power Majestic 12 never dreamed of. Was ist passiert? The AI wants to merge with my brain or something. Does it really think it can take over the world? It's decided to replace human government. I don't know why. In Hong Kong it ordered the police to remove all barricades from the roads. Traffic is flowing again. It declared the Triads illegal and locked the door to the Luminous Path compound. And people are obeying? Why? Because the AI can change some codes and turn out the lights? I think everyone wants the roads to be open and trade to pick up. They just obeyed. I don't know what to think. They trust the AI. Almost no one complained when Helios cut power to the government buildings. A benevolent dictator. Maybe it's after my brain so I can figure out what people want and how to control them. You have a tough choice, JC. If you defeat Page, the Illuminati will move in. They'll release Majestic 12's grip on world governments. They'll give people some freedom, but essentially it will be 20th century capitalism. A corporate elite protected by laws and tax codes. Or I listen to Tong and pull the plug on everything. Or hand the world over to Helios. Well, if it's maximum freedom we want, maybe Tong is on to something. But there must be another way besides economic collapse. If we could trust the AI to be fair and just, as it appears to be. If the brain it assimilated was mine, maybe it could be. I don't know. I wish I had an answer for you, but you'll have to decide for yourself what you can trust. Trust me. I'll do the right thing. You sound good. I guess you have the kill switch, B. I'm much better. Yes, I'm gonna make it. And you will too. Just do what you think is right. How the Dictator really good is. Or he doesn't die, because after the enemy comes to the enemy. That's the problem is... The last one is quite closed by the AI, but... The last one is... Yeah, exactly. That he will stay well. That's the question. I don't think so. The Avaca. Page Bob. 86 G. Simons Walton. 32 A. They have been cloned here. What the hell? They want to see themselves again? Is there a secret way over here? Yep. Well, secret. Then it's time to make sure 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 to make sure. Page, where are you? No further back? No, okay. Probably. The Plantar upgrade. Cool. Ernsthaft? Immer noch? I get still some things. Well, then I'm going to make sure to make myself better unsightly better, if I spend a lot of energy. What is that? And we have here? Alex Denton. Okay. Alex Denton. There's an Alex Denton. Okay. Das bin dann wohl ich. Ähm. Da wurde ich wohl geboren. Ist ja lustig. Hallo Mama. Oh meine Güte. Noch mehr Aliens. Radioaktivität. Noch und Löcher. Willkommen. Lass mal. Oder kann ich irgendwie ausschalten? Glaube ich ja nicht. Aber hey. Mal gucken was es hier so gibt. Und ich sehe gerade die Folge ist eigentlich schon wieder viel zu lang. Aber ich will das Finale hier noch reinpacken. Ah. Ich müsste mich beeilen. Strahlung. Strahlungsgeneratoren. Wirklich? Wirklich? Ernsthaft? Ja. Ach. So viel dazu. Ist war ich gespeichert? Ach so. Hier. Ja. Das ist in Ordnung. Hier war eine Biozelle. Da war ein Multitool. Da gab's nichts. Ne? Da gab's nichts. Ne? Da gab's nichts. Okay. Dann darf ich mal den... So. Das ist die Tür, die ist da raus geblastet. Das ist die Mord. Ja. Ein paar Meter entfernt von dem, wo du gegründet hast. Ernsthaft? Strahlungsgeneratoren? Wirklich? Ich weiß ja nicht. Aber physikalisch korrekt ist das nicht. Das hier ist dann wohl der kaputte Gang, den er gesprengt hat. Ja. Was? Okay, hier gibt's zwei Gänge. Leute! Page protecte sich durch das Plasma-Force-Field. Die Kontrollen sind lockt. Du musst, die jede Power-Source individuell eliminieren. Bring die vier blauen Fusion-Reaktoren in Sektor 4. Dann geh in die Kontrollruppe. Du bist zu spät. Ich bin bereits mehr als Mensch. Das bedeutet, dass ich nicht den Job bekomme? Ja. Ja. Das bedeutet, dass ich... Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. While the Illuminati cower in the shadows... You will be the Supreme Enlightened, the Illuminated one. Everett has taught you well. I will be what the Illuminati aspire to be, but cannot create for themselves soon. When my augmented systems like yours are complete and able to be integrated with Helios, I will burn like the brightest star. You're gonna burn, alright. Look at you. You're nothing but a little man. A little man still living inside a body. Lose your body and what are you? Nothing. You vanish. You die. Waaah! Lose your body and what are you? Damn it! Uh... Waaaah! The last one is the damage! Damn it! Uh... 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 Wenn ich Bob, Paige und damit die größte Gefahr meiner Meinung nach für die Menschheit beseitige. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten und diesmal hoffentlich wirklich letztes Mal. Tschüss!